So, das ist der flugige Talstetang. Und da ist er wieder, der Russe. Oh Mann, der gerade so unglaublich gut gespielt hat. Ähm... Falls das, habe ich diese Woche schon so häufig gespielt. Vala, kann ich mal wieder spielen. Ich kann mal wieder Vala spielen. Vala. Vala habe ich tatsächlich schon lange nicht mal gespielt. Oder den guten Thrall. Gucken wir mal. Es spielt wieder Lili, das heißt, er wird wieder kein Heimler wagen. Dann spricht doch lieber irgendwas, was, äh... ...Dev-mäßig besser funktioniert. Ja, Niergem Karazim. Israel, Vala. 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 ... ... ... Ja, das war ja schon. Ja, wir wissen, dass du alle Heile hast, das ist schön. Oh, fuck. Scheiße, werde ich glaube ich nicht Kurumi spielen. Ich könnte auch Butcher nehmen. Oder Mova, damit werde ich schnell los, wenn die Würschlampe. Greymane kann ich ja bekanntlerweise nicht. Also zur Auswahl stehen. Valla, Fallstart. Zwei Spezialisten. Oder ich gehe Double-Tank. Schwierig. Ich spiele Valla. Ja, ich hätte auch Fallstartendet, aber ich will euch ja was anderes zeigen. Das lange spiele ich ihn jetzt nicht. Ich würde auch eher zu Valla, äh, zu Fallstartendet, weil ich da schneller wegkomme von Chromi. Aber ich spiele mal Valla, ich habe schon lange keinen Valla mehr gespielt. Und wir dürfen keinen Heal erwarten. Das ist super. So, Aufdeckspiel für mich. Ich kann in Division 4 aufsteigen. Wenn Chromi nicht dabei wäre, wäre das sogar ziemlich gut gegen das Gegenstitema. Wir gucken mal. Jetzt habe ich den Ladebalken mit drin gelassen. Schande über meinen Haupt. Gucken. Auto-Attack oder... Oh, ich spiele Auto-Attack gegen die. Ich spiele komplett Auto-Attack gegen die. Ihr könnt auch mit dem Hungry Arrow spielen. Ist ja auch mal wieder eine Möglichkeit. Da hätte ich auch viel mehr Movement, äh, Mobility mit drin. Ja, ne? Ah, ich mit in die Mitte. Silvanus und Sagara machen, das ist beides alleine. Zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Stürzt euch in die Schlacht. ... ... ... Zauber Badass Komi Okay, ich geh hoch Go, 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 Power Rangers! Ah, ich hab den falschen Helden hier Genau reingelaufen, immer ne super Idee I hate Komi Jetzt ist natürlich die Frage wo steckt Komi? Da ist er Ich werde euch mein Gutes gewähren Hätte ich zurückgehen sollen, ich brauche eh nur die Autotecks Ah, ho, 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 ho! Hohohoho Plein ino Wollen wir sehen, wer mir dieses neue... Vielleicht beim nächsten Mal, Kulise. Oh, fuck, hier hab ich genau reingelaufen. Der spielt halt nur auf Damage, ne? Der spielt nur auf Damage, null Heal. Das ist halt echt schon bitter. Der spielt nur auf Damage. Der spielt nur auf Damage. Oh, no, 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 no! Warum renne ich da auch hinterher, ich Idiot? Warum renne ich da hinterher? Ah, diese Gier ständig. Immer dieses Kree-Design, der ist jetzt auch toll. Ach, das war eine richtig dumme Aktion, die wir da gerade gestartet haben. Der spielt ja eh nur Mist. Er hat schon zweimal gestorben, unnötigerweise zweimal gestorben. Das ist echt bitter, ey. Scheiß! Ähm... Oh! 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 inspiriert die doch! Warum steht sie denn so daneben und macht nichts? What the fuck, ey! Steht daneben und guckt doof zu! Statt einfach mal die Dinger mit aufzuschießen ey! ogramm! Mann ey, das war aber auch wieder eine Scheiß-Aktion von mir. So jetzt mal endlich konzentrieren, ey filho, wir werden hier richtig abgesnackt von denen. Das ist Wahnsinn. Und warum? Weil Lilly immer alleine irgendwie was versuchen muss. Oh man, super Aktion. Okay, ich halt mich jetzt nicht mehr an Lilly. Der ist so ein Aggro-Spieler, der spielt immer alleine. Und versucht da die Leute zu kennen. Ich meine, wenn er das kann, dann ist es ja auch gut. Die lassen uns dann zu sehr von Lilly anstecken. Boah, ist das ätzend, ey. Die lassen uns dann zu sehr von Lilly anstecken. Boah, ist das ätzend, ey. Was gibt's denn, ey? Die sind echt nur noch am rumtripieren hier. Oh man. Hohoho. So. Warte, das an Lilly ist dann nur am Agon. Kein Teamplayer. Okay. Wir chasen hier wieder hinterher. Ah, was ist das? Nicht schon wieder, Leute. Go, go, und push. Los auch. Einmal das zu tun. Ich bin schon wieder zu können. Oh, ich schieger mich so nicht. Einmal die aberougge nach der Kirche. Was ist das für diese Kirche? Das ist für diese Kirche, die Kirche nachgebracht hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020